Konnichiwa ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge PlayerUnknown's Battlegrounds, zusammen mit dem Fresh Fries Hallo Oh, ich dachte eher an Soft Nein, nein Nein, wir wollen ja auch aufnehmen Ja, ok Also, aber trotzdem eine schöne Nähe dazu, dass man, wenn man gut gegriffen ist, die Schule und so abcampen kann Also, nicht unbedingt so blöde Finde ich auf jeden Fall mal angenehm Aber der First-First-Auskritt letztes Mal war schön, aber jetzt nicht unbedingt geil Ist auch wieder gut jetzt, so das nicht, ja Na gut, dass man Steinflug gehen kann Ich bin halt instant ins Steinflug gegangen, ohne zu gucken Oh Mann Schule gehen drei Einer Mehr Da hinten sind noch mehr Sechs Stück oder so Ah, jetzt blöppen sie auf bei mir Oh, ich bin drüber hinweg geflogen, scheiße Also, da gehen schon ein paar Richtung Schule Ja, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich die, bis die mal dargestellt wurde Du gehst ins Große Schrottst du direkt, Erster Haus? Oh, läuft schon mal Besser als letzte Folge Wo ich die ARS fast ganz am Schluss hatte, Freunde Und die dir auch nichts geholfen hat Ja, das lag aber nicht an den ARS Oh, AKM, Erster Haus Ist halt cool, dass wir jetzt das HUD auch anhaben Oh, Vierfachsuche Geil, Dämpfer für den Scharfschützengewehr Oh Mann, oh Rucksack Ah, Beste Stufe 2 Ja, übertreibt er Also bis jetzt Ich mache ganz gediegen, Freunde, ne Also bis jetzt wäre das Loot für einen richtig geil Ich habe 120 Schuss für die AKM Läuft bei dir Mann, ich komme wieder nicht durchs Fenster Hier liegt noch ne Schrotze Oh Helmut, 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 Helmut Ah, da sehe ich auch einen Hier ist noch ne Rucksack Stufe 1 Ich brauche auf jeden Fall dann noch ne Waffe Weil mit ner Pistol würde ich hier nicht alles bespaßen Hier lag noch ne Schrotze bei mir, wo ich gerade drin war in dem Haus Ganz am Eingang Also nicht an dem Eingang am anderen Ja, ja Ich weiß, dass das Ding zwei Eingänge hat Wolltest du den Medi-Koffer nicht? Ne, brauche ich nicht Ich dachte, ich lasse dir einen Ich habe schon einen Ja, ja, ne Glaube ich nicht dran Du hast, der war bei dir noch nicht da Keine Ahnung, ich habe keinen gesehen Der lag direkt auf der Schrotze Okay Vielleicht bin ich auch einfach dran vorbeigegangen Ich habe die Schrotze gesehen und dachte Ne, passt Hab ich schon Ja, ja, ja Wir können das hier nach und nach abarbeiten Ja, hier hört sich wie ein Plan an Hört sich wie ein guter Plan an Also die nächste AIR ist bitte meine Wenn hier dann irgendwo überhaupt irgendwas liegt Hier lag jetzt nur Müll Oh, jetzt ist noch so ein kleiner Schocker Ich laufe schon mal weiter Waren das Schüsse? Nicht, dass ich sie gehört hätte Wenn, dann waren die verdammt gut getimt Geht doch hier zu den linken Häusern Dann hast du ein bisschen Ja, Richtung Airdrop Ja, ja, stimmt Das Flugzeug hat mich magisch angezogen Du warst so fixiert Da dachte ich Ja, ich dachte Komm, den Airdrop nimmst du dir Aber der kommt bei Jasna runter Ja, das ist viel zu weit weg Ja, das ist klar Aber hätte ja sein können Dass er fünf Meter vor uns landet oder so Ah, okay Ich habe das gar Ja Lauf bei dir Und noch Schrott, Simon Lauf bei dir Ich hätte zwar fast lieber eine SKS gefunden Weil ich halt die Dinge in Sub Ich habe eine Pfanne Den Schalldämpfer dafür Hier ist noch eine Pfanne Pfanne habe ich schon Oh, Militärweste, bam Ja, klar Weil er wieder in das Haus reinläuft, wo ich drin bin Das musste sein Ja, war klar Ist aber eh Wurst Ich habe eine Zweierweste Mit der bin ich glücklich Davon sieht auch noch ungelootet aus Na dann Können wir uns Hm Ja, vielleicht findet man ja noch Und ein Scharfschützengewehr Dass ich hier den Schalli draufschlafen kann Warum laufe ich eigentlich mit der Pfanne in der Hand rum? Ja, weil du demonstrieren willst Hey, ich habe eine Pfanne Legt euch nicht mit mir an Wahrscheinlich Genau das hatte ich vor Ja, der Milchschnittenskill macht es möglich Hi, 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 Freunde Ich gehe mal da rechts gucken Ich sehe schon das Vier-Harskop Ich habe eins Er hat schon Vier-Harskop, Freunde Zack Achter-Skop, nice Packe ich auf meine Kark Hier ist noch ein Rucksack Stufe 2, wenn es du brauchst Ja, gleich Vielleicht Ich nehme mal ein taktisches Lager Hier ist noch Polizei, weißt du, Stufe 2 Hab ich Für das niedere Volk Ich hätte noch 7,62er Muni für dich gefunden Na, habe ich 120, sollte reichen, oder? Ich bin ja immer noch der Meinung, ich kriege gleich eine SKS Träumst du noch? Hm Weil hier auch noch ein erweitertes Magazin für ein Scharfschützengewehr ist Ja, kannst du mir dann geben für meine SKS? Nein, habe keine Wenn du eine hast, ja, gerne Kannst du beides haben? Was bringt es mir im Inventar? Schmerzmittelchen Noch eine Pfanne Die vierte oder so Willst du noch weiter in den Norden vordringen? Ja, komm Kostet ja nichts So weit nördlich sind die meisten gar nicht Die sind eher Ich habe jetzt auch gerade die Flugroute nicht mehr im Kopf Ich glaube ungefähr so Ja, gut, dass ich wieder nicht in die Map gucke Währenddessen du das machst Ja, der war eher am Wasser entlang Ja, von der Militär Base so ein bisschen hoch oder so Hier liegt noch, äh, Stufe 1 Stufe 1 Hm, Polizeiwärts Da brauche ich sicherlich Oh, Vielfachsuche Hier liegt noch, äh, 556er Moon Ja, ich komme gleich rum Warte, ich bring dir im Moment, es ist nur 30 Schuss Ah, okay Dann droppe ich dir hier die 7,62er Also die Hoffnung aufgegeben auf eine Hast du jetzt deine SKS oder nicht? Ne, ne, habe ich nicht Da liegt die, ah ja, äh, 7,62er hinten Danke Brauchst ein taktisches Lager? Ne, hast du einen Stock? Oder einen Griff? Ne Geh mal hier links Geh mal Mal hier zur Tankstelle mal gucken Und zum Turm Ach, hier hoch willst du komplett, okay Ja Airdrop kommt wieder überm Wasser Tschüss aus, National Ja, deswegen wollte ich da nicht rein Gerade ein bisschen viel Party Ich dachte gerade kurz, mich hat ein Pfeil abgeschossen Wie hast du das gemeint? Ah Irgendwie ist irgendwas an meinem Kopf vorbeigeflogen Neue Ja Und? Gleich mal dürfen sie raten, was ich jetzt gefunden habe SKS? Ja Beide Waffenschall gedämpft Ja Er übertreibt komplett Ja, ich gönn mir richtig Kann Boah, und das Ding kannst du mittlerweile auch im Griff packen Ich geh mal zur Tanke direkt Bevor die Red Zone anfängt Deine SKS ist also gut ausgerüstet, meinst du? Ja Meine AR halt auch, meine SKL Liegt nur 556er und ein Griff Ne, brauch keine Nutze Ich brauch einen Griff Abgewinkelter Handgriff liegt hier Ist mir egal, nimm beides mit Nimm Ich brauch eh zwei Nur einen hab ich Oh, hier ist ein Vertikaler Ja, beides her Weil die SKS mittlerweile auch im Griff kann Ja 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 Ist ein guter Aussichtspunkt, ne? Ja Ja Kann man hier ruhig und gemütlich runterspielen Hier ist noch ein Mündungsfeuerdämpfer für eine AR, ja? Den packe ich doch mal drauf Und da, da dran Keine Ahnung Jetzt wär halt das 8er Scope aus der Vorrunde noch geil Ach, nach Sonderventil Ach, ne Mich hat schon wieder der Busch geärgert Ah, ja Ob wir mit der nächsten Sau noch safe sind Ja Definitiv Ist es immer noch die erste Zone? Äh Sieht so aus, würde ich sagen, ja Nimm mal deine komische Markierung weg Weil da laufen wir, glaube ich, nicht hin Warum nicht? Lass mal da hin Ich hab jetzt nichts gesehen, warte Ja Ja, da geh mal hin Was? Endlich Genug Medi-Stuff? Ja, ich hab genug Ich hab halt nur den Erste-Hilfe-Koffer Zwei Schmerzmittel, zwei Energies Zwei Erste-Hilfe-Koffer 15 Verbände Sanitäts-Tasche Ja gut Ich sollte es überleben Wir sind übrigens immer noch safe Joa Ja, aber Über die Brücke könnten welche kommen Unter anderem Eieieiei Meinst du, kommt, Thelmons Boah, früher oder später wird schon einer kommen Sag, ich leg mich mal hier hin Dann kann ich auch nicht von Draußen gesehen werden Siehst du denn dann noch was? Ja, ja In der Third-Person kannst du trotzdem was sehen Bist du das jetzt aus, oder wie? Nein, ich hab mir das nur bei dir mal angeguckt Wenn du da liegst Ich kann durch alle drei Fenster hier gucken War nicht gleichzeitig? Ja, Top 20 müsste drin sein So Hm Einerght dem, wie viele jetzt sterben Das Naja ist ja auch noch dran Schule fällt nur zur Hälfte raus Rotzok fällt raus Pokinki fällt raus Weiß ich nicht Ich glaub, Pokinki wird so der Knackpunkt werden Aber gut, die haben sich eh schon zerballert Pokinki ist so eine Stadt, du findest dich Da campt keiner drin Oder selten Pokinki hat halt nicht diese Riesen-Puzzle-Häuser, oder? Ich weiß es nicht Pokinki hat keine Puzzle-Häuser, ne? Mhm Kein einziges Da ist er öfter gecampt dran In diesen Dingern Bist du auf deiner Seite irgendwie Bewegung? Naja Auch Richtung Jasnaja irgendwie Gar nix Ah ja Was sagt denn die Map? Noch nix anderes 42 Leute noch Und ich hab angeblich 0 getötet Geht doch immer gar nicht Ich hab auch 0 getötet Ah, ja, Freunde Ah, komm Lass mal einen Schluck trinken Ich hab den Platz Ja, bin ich bei dir In dem Moment kommt einer ins Haus Beim, 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 beim Beide tot War halt echt so prädestiniert, ne? Ja Oh, ich huck halt hier hinter der Wand Also mich hat er nicht direkt gesehen Damit sich immer noch schnell das Wasser Wegschmeißen können Offen wohl bemerkt Ja Quer über den PC gekippt Ne, ich hab das in die andere Ecke geschmissen So irgendwie gegen die Tür oder so Achso So, fuck Ciao Wie lange hätte es gedauert Bis meine Schwester reingekommen wäre? Also Drei Millisekunden Kann doch nicht sein Dass sich keiner hier noch reinbewegen muss Oder über die Flanke hier reinkommt Ja, die müssen ja noch nicht Das ist halt die Sache Also wirklich rüber muss ja keiner Die können ja noch da drüben irgendwo bleiben Ja, ja, gut Es ist halt kaum jemand gestorben in der Zone jetzt Ja, mal noch 42 am Leben Wer hat hier jeder dieselbe Taktik gerade Irgendwo drin sitzen und warten Und hoffen, dass die Safe Zone irgendwie Ja, wir machen ja nichts anderes Bei uns zusammenkommt Also das ist jetzt echt gerade kacke Oh, einer gestorben Airdrop Wo kommt denn? Was siehst du denn? Nee, ich höre nur vom Süden Ah, da hinten Ich seh'n Ich seh'n auch Nee, nicht ein Airdrop Ach, ein Gegner, wo? Motorrad bei der Brücke Kommt rumgefahren Hat angehalten Irgendwo Richtung Tanke, oder? Ist der an der Tanke Ich geh' mal raus Bahn weiter Auto Ein ausgenockt Nice Ein Kill Sein Kollege ist da auch Wo genau? Weiß er, dass ich seine Füße sehe? Äh, da rechts an der Wand Fucker Wo ist er? Immer noch an der Wand, glaub ich Wir sind im Übrigen nicht mehr safe Ja Oh ja, er ist noch an der Wand Hab ihn Nice, ich hab ihn durch die, äh, unter der Wand Ja, ich hab ihn auch dann noch gegeben So Äh, dann ab ins Auto und weg, oder? Ja, erstmal kurz looten Ja, ich komm mit Midi-Stuff Nades Der hat noch ne Sanitäts-Tasche Nimm dir die hier Ja, ohne Momento Im 62er pack ich mir noch ein Ja, das mach ich auch Äh Ganz oben Ja Schalldämpfer MP Kompensator Schnellwechselmagazin Erweitertes Achso Schalldämpfer Scharfschützengewehr hat er noch Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon Ja, hast du schon Der hat auch nix mehr Okay, ab zum Auto und dann What's, komm rein Hat der noch genug Sprit? Ja, sollte reichen, bist du safe, son Nice, nice Reune, schön unter der Wand Geh mal hier, geh mal hier so hin Blaue Markierung Aber der wusste das scheinbar gar nicht mit dem Das man unter der Wand durchschießen kann Der wird sich auch denken Ja, Hacker Wahrscheinlich reportete Oder wir denken, das war wer anders dann noch Hier vorne an den Bäumen können wir stehen, ne? Oh, hier ist die Straße Vielleicht doch nicht Ah, nicht an der Halle halten Ja, da haben wir schlechte Erfahrungen Dann oben in den Wald rein, irgendwo Ja, hier geradeaus, ne? Aber irgendwo bei einer Anständigen Deckung Anhalten Hier vielleicht? Ja Lass mal alles sichern Oh, fuck, da ist Äh, Dingens Ja, Top Nee, äh, der Bunker Ja, das macht aber nix Ah Aus der Richtung kommen wir schüsseln Wo läufst du hin? Hier rüber Ich will die Deckung vom Hill haben Ja, das stimmt wohl Hier ist der Bunker Ich guck mal nur rein Es sind wieder nicht seit Wir müssen auf jeden Fall in den Norden Aber wir haben Zeit, wir haben Zeit Bis jemand unser Auto klaut Dann willst du ins Auto nochmal rein Nein, nein Hätte ja sein können, dass du das mit dem Auto fertig spielen willst Da kommen ja wahrscheinlich auch andere Die nach Norden wollen Und die müssen an uns vorbei, oder? Sie ziehen mich Tschüssi von links Sehe aber nix Da hinten steht ein Auto ganz weit Im Nordwesten Okay Wow War der auf dich? Ja, auf meinen Bauch Auf mich, auf mich, auf mich Der ist am Stein vor uns Im Osten Und einer oben Einer oben Einer oben im 165 von mir Sehe ich nicht Er trifft halt nicht Das ist mein großes Glück gerade Wenn er trifft, bin ich down Wow Er hat dich getroffen? Ja Alter Fuck, nochmal Ja, bin gedowned Ja, vom anderen Ja, der ist am Stein Oh, nein Der andere holt mich Mit der Kark, Freunde Ei, 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 ei Ja, Freunde Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Wenn ihr nix verpassen wollt Ein Abo Schaut auch bei unseren anderen Videos vorbei Bis dann, haut rein Ciao 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 Ciao